Ich bin zurück aus dem Kino und was war das nur für ein Erlebnis. Viele haben sich nach den Trailern beschwert, dass die deutsche Synchro schlecht wird, aber ich habe schon immer gesagt, dass man die Trailer mit Vorsicht genießen soll, denn sie vermitteln einen falschen Eindruck. Szenen mit einem ganz anderen Kontext aus dem Film werden verwendet und auf andere Szenen im Trailer drübergelegt, weswegen es natürlich sehr komisch klingt. Ich kann euch aber versichern, die deutsche Synchro ist eine 10 von 10. Robin Kahnmeier, Felix Spieß, Tommy Morgenstern und die meisten anderen Sprecher haben einen sehr, sehr kranken Job abgeliefert. Tommy Morgenstern klingt auch wieder wie in Dragon Ball Z, also er legt Son Goku etwas tiefer an, nicht mehr so wie in den vorherigen Film. Du warst schon wieder kurz davor auszulasten. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du diesen Impuls unterdrücken sollst? Jetzt weiß dich doch endlich mal am reden. Wenn du dich so lange nicht bewegst, kann es bald jeder mit dir aufnehmen. Auch Son Goten, also Son Goten klang ja in Dragon Ball Super wie ein afghanischer Dub, wo irgendein 80-jähriger Mann ein 5-jähriges Kind spricht und seine Mutter gleich noch dazu. Hier ist es aber etwas besser, aber nicht ganz so gut wie beim Ende von Z. Er verstellt immer noch seine Stimme etwas und es klingt eben nicht so natürlich wie, als er das beim Ende von Z gemacht hat, wo Son Goten auch etwas älter war. Wie läuft's denn so, Goten? Wie ich sehe, trainierst du fleißig. Wozu denn? Hast du etwa vor, morgen am großen Turnier teilzunehmen? Papa will unbedingt, dass ich da mitmache. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, aber er zwingt mich. Dabei hätte ich morgen ein Date mit einem hübschen Mädchen. Pan klingt auch älter, als sie sein sollte. Eine ganze Dub-Review, wo ich auch Szenen zu den einzelnen Sprechern einfüge, wird erscheinen, wenn die Blu-Ray draußen ist. Ansonsten genießt jetzt die Spoiler-Review, die wie gesagt Spoiler beinhaltet und wir legen los. Hier ist Vegeta, Prinz des Saiyajin. Ihr schaut also das Video und habt immer noch nicht den Kanal von Saiyan abonniert? Ich muss euch Schwächlinge wohl eigenhändig auslöschen. Erstmal zu den technischen Details. Der Film ist zum ersten Mal komplett computeranimiert. Davor war alles handgezeichnet, auch Dragon Ball super. Es gab in Broly zwar sehr kurze CGI-Szenen, aber 99% waren immer noch handgezeichnet, so wie die meisten an mir momentan. Es gibt ja dieses Missverständnis, dass die heutigen Animationen alle computeranimiert sind, aber nein, das stimmt nicht. Die meisten Animationen sind immer noch handgezeichnet. Dieser Film jedoch nicht. Für viele war das ein Grund, den Film zu haten und nicht zu gucken. Aber ich kann euch wieder mal versichern, das CGI ist auf einem sehr, sehr hohen Level. Es ist die beste Qualität von computergeneriertem Material. Das ich je von einem Anime gesehen habe und die Trailer werden dem einfach nicht gerecht. Besonders im Endkampf gegen Cell Max war es, vor allem wenn man es im Kino sieht, einfach nur grandios. Viele denken auch, CGI sei billiger, aber das stimmt nicht so, denn oftmals ist es sogar noch teurer als gewöhnliche handgezeichnete Animationen. Der Vorteil liegt darin, dass computergenerierte Animationen schneller zu kreieren sind und man einige Dinge tun kann, die man mit handgezeichnetem Material nicht tun kann. Der Animation Director dieses Films war Shikashi Kubota und sein Style ist wirklich perfekt. Kubota ist auch der Charakterdesigner von One Punch Man. Vor kurzem wurde ja auch die dritte Staffel angekündigt, wo man auch ganz klar erkennt, dass er den Dragon Ball Einfluss mitgenommen hat. Saitamas Körper ist 1 zu 1 der von Son Goku und der Style von Kubota ähnelt sehr stark dem Style aus Dragon Ball Z von Katsuyoshi Nakatsuru. Man merkt den Einfluss und ich finde, dass dieser Style wirklich perfekt ist. Kubota wollte auch schon immer die Designs für Dragon Ball erstellen. Jetzt hat er es geschafft, zwar nur für einen CGI-Film, aber er hat auch das gesamte Intro handgezeichnet animiert, was jetzt im Hintergrund laufen sollte. Davor arbeitete er auch an Dragon Ball Super Broly und animierte den Cut zwischen Gogeta vs. Broly und auch die Endcredits waren von ihm. Er kündigte auf Twitter an, dass er gerne an einer kommenden Serie arbeiten würde und ich hoffe wirklich, dass wir seinen Style in einem handgezeichneten, animierten Werk sehen. Stellt euch einfach mal die Moro-Saga in seinem Style, in diesem Set-Style vor. Es wäre doch einfach nur krank. Das war's mit den technischen Details, kommen wir zum Film. Vorweg, Akira Toriyama, der Erschaffer von Dragon Ball, schrieb den Film noch vor der Ausstrahlung von Dragon Ball Super Broly. Die Granola sowie die Moro-Saga wurden für diesen Film also nicht berücksichtigt. Dennoch spielt der Film nach den beiden Sagen ein Jahr vor dem Turnier mit U-Pump genau zu sein und der Manga wird sicherlich da anknüpfen und dafür sorgen, dass es keine Ereignisse gibt, die nicht mit Super Hero in Verbindung stehen. Die vorherigen Filme wurden ja nicht nacherzählt, aber sie spielen im Canon vom Manga. Da gab es immer so ein kurzes Bild und gesagt, hier, diese Events sind passiert. Guckt euch den Film an, danach begann dann eine neue Saga und so wird es, denke ich mal, auch mit Dragon Ball Super Super Hero sein. Toriyama schrieb den Film mit dem Gedanken, die wahre Essenz von Dragon Ball zurückzuprägen. Nach dem krassen Kampf gegen Broly sollte es mal wieder etwas ruhiger werden. Der Film soll nicht darum gehen, dass es den krassesten und epischen Kampf gibt. Nein, stattdessen möchte man die Welt von Dragon Ball weiter ausbauen, den Humor zeigen, der Dragon Ball früher jedes Kapitel begleitet hat und den langjährigen Fans etwas zu bieten, das sie glücklich macht. Es geht um die Charaktere, die jahrelang an der Seitenlinie standen. Piccolo, Akira Toriyamas Lieblingscharakter und Son Gohan stehen in der Hauptrolle und außerdem wird auch noch Pan eingeführt. Nach all den Jahren, in denen es vorwiegend um Son Goku und Vegeta ging, sollen nur noch andere Charaktere das Spotlight bekommen. Als ich das alles gehört habe, war ich sofort gehypt, denn so etwas habe ich mir so lange gewünscht. Son Gohan und Piccolo gehören schon immer zu meinen Lieblingscharakteren und in Pan sah ich im Ende von Z sofort großes Potenzial. Nicht in GTA, über diese Version möchte ich nicht reden. Bitte lasst mich in Ruhe mit ihr. Dragon Ball ist nicht nur kämpfen, wie so viele sagen. Vor allem Dragon Ball Classic ist ein Abenteuer und sehr, sehr lustig. Ich mag Dragon Ball nicht nur wegen den geilen Kämpfen, sondern eben auch einfach wegen den Momenten, in denen die Charaktere miteinander agieren, in denen man mehr über deren Leben sieht. Die Highschool-Folgen mit Son Gohan am Anfang der Buu-Saga sind meine Lieblingsfolgen der gesamten Serie und deshalb wollte ich den Film auch unbedingt sehen. Wer einen Film wie Broly erwartet, der geht mit falschen Erwartungen rein. Superhero ist eher eine Belohnung für die langjährigen Fans. Das merkt man auch daran, wer zurück ist. Die Red Ribbon-Armee arbeitet im Hintergrund an ihr Comeback und rekrutiert den Enkelsohn von Dr. Gero, Dr. Hedo. Der aber eigentlich nicht böse ist und auch keine bösen Cyborgs erschaffen möchte, sondern er auf Superhelden steht. Magenta überzeugt ihn jedoch, dass die Capsule Corporation böse ist und mit Alien zusammenarbeitet, was ja auch stimmt. Und so erklärt er sich bereit, Magenta mit seinem Wissen zu helfen, wenn er im Gegenzug alle finanziellen Mittel erhält, die er benötigt. Und so beginnt der Spaß auch. Es ist natürlich kein kranker Plot, der alle mit der Genialität überrascht, aber ich finde es ganz cool, dass Dr. Hedo niemand ist, der wirklich böse sein will und Dr. Gero nachahmt, sondern er Superhelden erschaffen möchte. Im Gegenzug wird die Capsule Corporation als die böse Organisation dargestellt. Ich meine, eigentlich hat Magenta ja recht. Wenn das Volk wissen würde, dass es so viele Aliens gibt, mit denen Bulma chillt, dann wären sie sicherlich ausgerastet, auch wenn irgendwie jeder zweite Bewohner eine Giraffe ist und der Präsident ein Hund. Als nächstes hat man Pan gesehen, wie sie von Piccolo trainiert wird. Piccolo hat Son Gohan trainiert und jetzt trainiert er ihre Tochter. Pans Design ist auch wirklich richtig, richtig süß. Toriyama kann meiner Meinung nach immer sehr süße Design zeichnen. Goku und Classic war das Süßeste überhaupt und Pan erinnert mich auch etwas an Classic Goku. Nicht nur von der Süßheit, wenn es das Wort überhaupt gibt, sondern auch so ein bisschen vom Charakter und ihrer Stärke. Ich war echt froh zu sehen, dass man die Version aus Dragon Ball GT mit diesem Film komplett geschlagen hat. In GT war Pan nur am rummeckern, hat nichts selbst gemacht und alles grundlos auf andere geschoben. Hier muss ich aber sagen, dass Pan einer der besten Dinge aus dem Film ist. Mit ihr wird die nächste Generation gezeigt und sie wird sogar von Piccolo Abi höchstpersönlich trainiert. Es steckt also viel Potenzial in den kommenden Kämpfern, darunter auch Uub, der in der Dragon Ball Welt erst nächstes Jahr so wirklich kommt. Er war ja schon in der Moro-Saga kurz dabei und dann gibt es auch noch die Tochter von Vegeta. Brav, über die wir noch nichts sehen, aber ich denke mal nicht, dass Vegeta sie nicht trainieren würde. Während dem Training bietet sie Piccolo auch Wasser an, weil er ja nichts isst. Und solche kleinen Details sind überall im Film verteilt. Der gesamte Film fühlt sich wie ein Jubiläum zur gesamten Serie an. Dragon Ball Classic, Z und auch Super werden gefeiert und wie vorhin gesagt, langjährige Fans werden belohnt. Pan fragt auch, ob es stimmt, dass Son Gohan, also ihr Vater, sogar noch stärker sein könnte als ihr Großvater Son Goku und Piccolo sagt ja, aber im Moment sieht es nicht gut aus, weil Son Gohan nicht trainiert und das Potenzial von Son Gohan wird uns in der ersten Folge von Dragon Ball Z immer klar gemacht. Ich habe auch vorhin extra Video zur gesamten Gohan-Beast-Thematik zu machen, aber hier wird es wieder erwähnt, Son Gohan könnte stärker als alle sein, wenn er es wirklich wollen würde. Piccolo, mein Goat, hat jetzt auch ein eigenes Haus. All die Jahre dachten wir, er ist obdachlos, aber es geht ihm besser als gedacht und sein Haus ist sehr nach Mechanisch gehalten. Er hat sogar den Stuhl vom Oberteufel, also wie gesagt, es gibt sehr viele Easter Eggs im Film, die den Film bzw. die Dragon Ball Welt lebendiger wirken lassen. Der Bruder hat jetzt sogar ein Handy, also in letzter Zeit ist er wirklich aufgestiegen. Keine Ahnung, welches Business er am Laufen hat, aber es funktioniert auf jeden Fall. Videl meint dann, dass keiner Pan vom Kindergarten abholen kann, weil sie selbst ein Dojo leitet und ein wichtiges Turnier dort stattfindet und Son Gohan hat sich eingesperrt, weil er lernen muss. Man sieht auf seinem Schreibtisch sogar ein Bild von Son Goku und Gohan bei ihrem ersten Auftritt. Wer das Bild geschossen hat, keiner weiß. Das zeigt aber wieder mal den Respekt bzw. die Liebe, die Son Gohan zu Goku hat. Viele sagen, Son Goku sei ein schlechter Vater und Piccolo sei der richtige Vater, aber Gohan dachte nie so. Gohan sah in Son Goku immer einen Vater, er verehrtet ihn wie ein Held und Piccolo ist einfach sein Lehrmeister und bester Freund. Wo wir auch schon über schlechte Väter reden, Pans Gesicht, als sie die einzige ist, die nicht abgeholt wird, ist wirklich einfach nur traurig. Sie hat mir in dem Moment so leid getan, aber Piccolo-Abi ist natürlich zur Stelle und holt sie ab und beleidigt Gohan auch direkt, was er da abzieht und was denn wichtiger sei, das Lernen oder die Familie. Die Kindergärtnerin von Pan wurde übrigens auch von Toriyama gezeichnet und sie erkennt Piccolo sofort, also es kommt wohl öfter vor, dass er sie abholen muss. Son Gohan forscht derweil über Insekten, was ebenfalls eine coole Sache ist, weil er bereits als Kind immer Bücher über Insekten gelesen hat. Für diesen Film hat man also auf jeden Fall sehr gut recherchiert. Er kriegt dann auch den Anzug von Piccolo und weicht sogar einem Schlag von ihm aus. Also ganz eingerostet ist er nicht, wie man später auch noch erklärt bekommt. Als Piccolo dann am Chillen ist, wird er von Gamma 2 bzw. Goat 2 angegriffen und damit lernen wir den ersten Cyborg von Dr. Hedo kennen. Er bezeichnet Piccolo auch als Oberteufel, aber er meint, dass er nur noch Piccolo heißt und der Kampf zwischen den beiden war auch ziemlich cool. Nichts Spektakuläres, aber ganz cool mit anzusehen. Die beiden Cyborgs, Gamma 1 und Gamma 2, sind auch mal wieder neue Charaktere von Toriyama, die einem direkt auf Anhieb gefallen. Sie denken, sie seien Superhelden und würden demnach auch einfach nur das Richtige tun. Toriyama hat das Talent, Charaktere zu erschaffen, die man zu lieben lernt und diese Cyborgs gehören definitiv dazu. Auch wenn es Cyborgs sind, die von Dr. Hedo ohne menschlichen Körper erschaffen wurden, also wie C-18 und C-17 zum Beispiel, haben sie einen sehr unterschiedlichen Charakter. Während Gamma 2 der coole, gelassene Typ ist, ist Gamma 1 eher der ordentliche Typ, der seine Arbeit sorgfältig ausführen möchte. Für die Designs orientierte sich Toriyama daran, wie er sich als Kind immer Superhelden vorgestellt hat. Piccolo merkt sofort, dass er von der Red Ribbon Armee ist und folgt ihm zu seinem Hauptquartier, wo er dann von der Existenz von Cell Max erfährt, einem Wesen, das noch nicht fertiggestellt wurde, weil Dr. Hedo eigentlich gar keinen Bock auf ihn hat. Er sähe nicht aus wie ein Superheld und deswegen arbeitete er härter in den Gammas. Viele fanden, dass Cell Max die Legacy von Cell ruiniert hat und ich muss sagen, Cell war in Dragon Ball Z mein Lieblingsschurke. Vor allem im Deutschen waren seine Dialoge zu lustig. Er kam, um jeden fertig zu machen, zu trash talken und das habe ich so geliebt. Immer wieder, wenn ich irgendeinen 5-Sekunden-Clip von ihm sehe, überrascht es mich wieder aufs Neue, wie cool Cell eigentlich im Deutschen war. Der hat wirklich die krassesten Sprüche rausgehauen. Dass man einem solchen Charakter das Mund wegnimmt und er nur noch schreien kann, das fand ich anfangs auch sehr, sehr traurig, aber mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt. Also ich wusste ja von der Sache schon etwas länger, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe und deswegen bin ich mit dem Gedanken reingegangen, dass das eben nicht der Cell ist, den wir kennen, sondern eine komplett andere Kreatur. Sie sagen es im Film sogar selbst. Ich sah ihn also gar nicht mehr als Cell an und deswegen finde ich es mittlerweile nicht mehr zu schlimm. Sein Design ist auch einfach nur die zweite Form von Cell, die auch Toriyamas Lieblingsform ist, in größer, in rot und mit irgendeinem krassen Schwanz. Weil Goku und Vegeta nicht auf der Erde sind, merkt Piccolo, dass sie auf sich allein gestellt sind und er möchte stärker werden, er möchte, dass Dende sein Potenzial freisetzt, der kann das aber nicht und sagt, dass die Dragon Balls es können und Bulma sammelt sowieso jedes Jahr die Dragon Balls, damit kein anderer Schurke sie nutzen kann und wünscht sich irgendwelche sinnlosen Sachen. Wenn das nicht nach einem Shadow Dragon Arc riecht, weiß ich auch nicht. Shenlong zeigt Piccolo auch seinen Respekt, was ich sehr cool finde, denn Piccolo war mal sein Erschaffer und Bulma wünscht sich dann einen geileren Guess. Äh, ich, sorry, ich meinte natürlich Ass. Piccolos Potenzial wird, wie gesagt, freigesetzt und er kriegt einen kleinen Bonus dazu. Eigentlich gibt es sogar zwei Boni, weil er nach dem Wunsch noch einen Spiegel bekommt, um zu gucken, ob er immer noch fresh ist. Aber der von Shenlong gemeinte Bonus erweckt dann, wie Piccolo es nennt, Orange Piccolo, ein sehr, ja, komischer Name. Aber Toriyama meinte, es passt zu Piccolo, weil er jemand wäre, der sich keinen krassen Namen ausdenkt. Viele beschweren sich, dass Piccolo die Dragon Balls nutzt, um stärker zu werden und ich verstehe diesen Punkt, aber man muss auch bedenken, Piccolo hat nie sein Potenzial freigesetzt, obwohl das bei Namekianern oft vorkommt. Der Oberälteste hat es ja bei Gohan und Krillin gemacht, bei Piccolo aber nicht und Piccolo wird als Nachfahre des Katatz bezeichnet. Katatz war ein besonderer Namekianer, über den wir aber nichts erfahren, außer das, was ich eben genannt habe. Piccolo ist also auch ein besonderer Namekianer und wenn er also sein Potenzial freigesetzt bekommt, könnte seine wahre Kraft, die Kraft, die auch Katatz vielleicht gehabt hat, entfesselt werden. Darüber hinaus wird im Dragon Ball Super Manga erwähnt, dass die Namekianer eigentlich nicht aus Universum 7 stammen, sondern aus einem ganz anderen Reich. Die Dragon Balls wurden auch nur erschaffen, damit sich der stärkste namekianische Krieger einen Wunsch gewährt. Einen Wunsch, der nicht eigensinnig sein darf. Piccolos Wunsch war auch nicht eigensinnig, denn er tut es, um seine Welt zu beschützen, die Erde. Die Namekianer handeln nur so, dass es Namek gut geht. Sie sind ein friedliches Volk, aber diejenigen, die Namek bedrohen, werden bekämpft. Piccolos Wunsch könnte also etwas sein, wofür die Dragon Balls überhaupt erst erschaffen wurden, weswegen es auch diesen kleinen Bonus gibt. Auf seinem Rücken befindet sich danach ebenfalls der Namekianische Baum, was den gesamten Stolz in der mekanischen Rasse darstellen soll. Wenn man es so sieht, dann kann man es, denke ich, mal etwas relativieren. Es ist auf jeden Fall sehr geil, dass Piccolo endlich auch mal etwas bekommt und damit krass ist. Laut Toriyama ist er in dieser Form auch so stark wie Son Goku und Vegeta. Er nannte keine Form, er sagte nur Son Goku und Vegeta. Man könnte jetzt sagen, weil er nur Son Goku und Vegeta gesagt hat, meinte er auch den Ultra-Anstinkl und den Ultra-Ego. Also er nannte keine explizite Form, deswegen geht er direkt davon aus, dass sie so stark sind wie die beiden. Oder aber vielleicht meinte er auch nur die Base, was ich aber nicht glaube. Die Red Ribbon Armee möchte Pan entführen, um Son Gohan anzulocken, der der Anführer der Capsule Corporation sein könnte. Und Piccolo hilft ihnen dabei, damit Son Gohan wieder wütend wird und seine wahre Kraft entfesselt. Kommt mir nie wieder mit Piccolo, ist der bessere Vater von Son Gohan. Er ist viel fürsorglicher. Es ist eigentlich das, was Goku damals bei Cell abgezogen hat. Nur zieht Piccolo jetzt auch noch Gohans Tochter mit rein. Jedenfalls rastet Gohan dann aus und kämpft gegen die Gammas, die sich auch fragen, ist das, was wir tun, überhaupt das Richtige? Ein kleines Kind zu entführen ist eigentlich etwas, das Superhelden nicht tun. Und diesen inneren Konflikt fand ich sehr nice. Ich fände es auch cool, wenn Gohan mit seinem Great Cyberman Outfit aufgetreten wäre, Superheld gegen Superheld, aber dafür war die Situation, denke ich mal, etwas zu ernst. Der Kampf im Regen war wirklich sehr schön animiert. Der Regen, der auf sie natürlich hinunterfließt, ist etwas, das man mit traditioneller Hand gezeichneter Animation nicht so hinbekommen hätte. Und da sieht man, dass sie die Vorteile, die man durch CG-Animationen erzielen kann, auch gut umsetzen. Als Gohan dann in die Ultimate-Form geht, hat mein Herz dann auch als Son-Gohan-Fan natürlich höher geschlagen. Die ganzen Wolken sind nach der Verwandlung auch verschwunden, was auch in Draymond Super schon so war. Irgendwann merken die Gammas auch, dass sie eigentlich auf der falschen Seite kämpfen und tun sich mit Piccolo und Son-Gohan zusammen. Pan besiegt sogar einen von der Red Ribbon-Armee, wie der Großvater, so das Enkelkind. Es ist dennoch zu spät, denn Magenta holt Cell Max aus seiner Kapsel, obwohl er nicht fertiggestellt wurde und sein Mind-Control-Werkzeug noch nicht implementiert wurde. Also man kann ihn nicht kontrollieren und er hat auch noch nicht seine volle Stärke. Jeder merkt, dass es jetzt ernst wird und der erste Schrei von Cell Max im Japanischen war sehr, sehr, sehr furchtanflüssend. Generell muss ich sagen, dass die deutsche Version, auch wenn es der alte Sprecher ist, nicht an die japanische Version rankommt. Die Schreie im Japanischen sind wirklich richtig gruselig und man spürt irgendwie ein gewisses Leid, als würde Cell Max vor Schmerzen schreien. Vermutlich hat der Sprecher wirklich vor Schmerzen geschrien, aber die deutsche Version ist zwar auch gut, aber da kommt es meiner Meinung nach nicht so gut zur Geltung. Der Kampf gegen Cell Max ist auch der Höhepunkt des CGI, denn hier geht es richtig ab. Alles sieht richtig geil aus und auch Son Goten, Trunks, C-18, Krillin sind dabei. Jeder kriegt seine Screentime und sogar der fette Gotenks ist zurück und zum ersten Mal in der ganzen Dragon Ball Geschichte ist der fette Gotenks sogar nützlich. Man kriegt außerdem noch ein bisschen extra Infos, die sich viele gefragt haben. Zum Beispiel, wieso Son Goten und Trunks so lange klein geblieben sind und es wird erklärt, dass Saiyajins lange Zeit nicht wachsen und dann einen plötzlichen Wachstumsschub bekommen. Das war zwar bei Son Gohan nicht so und bei Son Goku war es zwar so, dass er plötzlich einen Wachstumsschub bekam, aber er wuchs auch vorher teilweise. Also die Erklärung macht jetzt nicht zu 100% Sinn. Son Gohan kann, nachdem er sich transformiert hat, auch besser sehen. Deswegen braucht er im Super Saiyajin auch keine Brille mehr. Aber weiter zu Sorry. Dr. Hedo platzierte eine Schwachstelle an Cells Kopf, denn er dachte sich schon, dass vielleicht irgend sowas passieren würde. Dieser muss nun getroffen werden. Gamma 2 bzw. Go 2 opfert sich im Kampf auch und das hat mich wirklich mitgenommen, denn Dr. Hedo kann zwar immer neue bauen, aber dieser Gamma mit diesen Gedanken und derselben Persönlichkeit wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Gamma 2 auch so geil fandet wie ich. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich die beiden so feiern würde, aber Dr. Hedo hat es echt krass umgesetzt. Piccolo nutzt dann auch wieder seine große Form, die er gegen Son Goku im Turnier nutzte und ich habe so, so lange darauf gewartet. Der Grund dafür, dass er es nie nutzte, war, dass er diese Form komplett vergessen hat, aber die große Form ist sowieso nur ein Bluff, denn dadurch gewinnt man nicht an Kraft, man sieht einfach nur krasser aus. Er merkt auch, dass es nur einen einzigen Weg gibt, Cell Max zu besiegen, das Potential von Son Gohan. Wie gesagt, wird seit der Saiyajin-Saga immer wieder gesagt und gezeigt, Son Gohan hat das größte Potential und das muss er abrufen. Cell Max macht alle fertig und als Gohan sieht, dass Piccolo wahrscheinlich tot ist, rastet er aus. Dieser rote Strahl, wie ging Cell damals, taucht auf und er verwandelt sich. Während er in der Ultimate-Form ist, rastet er aus. Der alte Kaioshin sagte, dass er den Super Saiyajin nicht mehr brauche, wenn er im Ultimate ist und sich auch nicht in den Super Saiyajin verwandeln soll, aber jetzt ist er im Ultimate und nutzt die Eigenschaft, die den Super Saiyajin entfacht und zwar Zorn. Beast Gohan taucht auf. Der Schrei von Son Gohan auf Deutsch war auch richtig, richtig geil. Robin Kahnmeier ist sowieso einer meiner Lieblingssprecher, aber viele haben im Vorhinein gehatet, weil der Schrei im Trailer irgendwie komisch klang und ich habe auch keine Ahnung, wieso sie einen komplett anderen Schrei für den Trailer genutzt haben, weil so viele jetzt einfach keinen Bock mehr auf den deutschen Dub haben, obwohl es in der echten Fassung tausendmal krasser war. Ja, jedenfalls zu Beast Gohan wird noch ein eigenes Video kommen, aber ich finde die Transformation an sich natürlich nice. Ein Throwback zum Cell-Kampf. Noch geiler wäre es mit der alten Musik, aber trotzdem sehr geil. Wie die Form jedoch entstand, hätte man besser lösen können. Ich denke, das liegt auch daran, dass es ein Film ist und man eben nicht alles in einen Film packen kann. Ich meine, es sind so viele Dinge passiert und dann noch zwei ganz neue Formen einzuführen, beziehungsweise sogar drei, Piccolo hatte ja zwei Formen, ist einfach schwer. Und wenn es an eine Serie adaptiert wird, könnte man es definitiv besser machen und mehr darauf aufbauen. Dennoch finde ich, dass diese Form cool aussieht. Ich mag die Haare. Gohan wurde auch wieder arrogant nach der Transformation, wovor Piccolo ihn in Dreymo Super gewarnt hat, aber er kann es einfach nicht lassen. Wie er Cell Max finisht, ist meiner Meinung nach perfekt. Also da akzeptiere ich keinen Hate. Wie er es macht, ist wirklich eine 10 von 10. Und wer das hatet, den lade ich zu einem 1 gegen 1 ein, weil Son Gohan nutzt einfach die Höllenspirale. Cell Max benutzt außerdem auch zum ersten Mal seine Flügel. Das fand ich sehr cool und es sah einfach so geil aus. Piccolo fragt ihn auch, seit wann kannst du das? Und Son Gohan erklärt, dass er heimlich trainiert und fragt ihn, wie es denn war. Und Piccolo antwortet, es war wundervoll. Ich weiß nicht, aber dieser Moment gab mir irgendwie Gänsehaut. Die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Mentor und Schüler, zwischen zwei besten Freunden, ist mir nach der Szene so durch den Kopf gegangen. Und der gesamte Werdegang, es ist einfach, Dragon Ball ist so ein tolles Werk, das schon so viele Geschichten erzählt hat. Ich kriege einfach nicht genug davon. Die Charakterinteraktionen sind genau das, was ich am Film so liebe. Und auch die neuen Charaktere, wie gesagt, wurden alle geil umgesetzt. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, fünfmal gesehen und es macht mir immer noch Spaß. Immer wieder finde ich neue Dinge, neue Easter Eggs, neue Anlehnung und mittlerweile muss ich sogar sagen, dass der Film mir besser gefällt als Broly. Broly war ein fantastischer Film, aber er hatte das Problem, dass es nach einer Stunde nur noch kämpfen war. Hier geht es aber die ganze Zeit weiter mit den Charakteren, mit schönen Momenten, sogar während den Kämpfen, denn die Kämpfe haben Charakter. Und viele neue Figuren wurden eingeführt, erweitert und perfekt dargestellt. Broly ist zwar das größere Spektakel, aber ich denke, dass Superhero der bessere Film für langjährige Dragon Ball Fans ist. Die Szene auf Virus Planeten habe ich bewusst erst bis jetzt aufgehoben, denn ich finde, dass man diese Szene auch hätte komplett aus dem Film lassen können und es würde sich nicht viel ändern. Stattdessen könnte man mehr Gohan aufbauen oder die Gammas und mein größter Kritikpunkt findet auch auf diesem Planeten statt. Son Goku fragt Vegeta, wieso er meditiert und das nicht stärker macht und Vegeta erklärt es ihm dann. Ich meine, Son Goku hat seit Dragon Ball Classic immer wieder gesagt bekommen, dass man nicht nur den Körper, sondern auch seinen Geist trainieren muss. Er selbst hat unzählige Male meditiert und sogar gesehen, wie andere unter anderem Piccolo das machen, also dass er das nicht weiß und was das überhaupt bringt, ist eine Charakter-Regression und die ist einfach unnötig. Man nimmt den Weg, den Goku eingeschlagen hat, die Erfahrung, die er hat, als Meister des Martial Arts. Sie müssen bedenken, er kämpft schon so lange. Er ist ein Meister des Martial Arts, der in einem Jahr einen eigenen Schüler hat und schon Son Gohan mit einer richtig krassen Erfahrung und Weisheit trainiert hat im Raum von Geist und Zeit und dass man diesen Son Goku nimmt und ihn so wieder so dumm darstellt, das fand ich einfach sehr blöd. Es gab ja nur sehr wenige Szenen mit Son Goku und das ausgerechnet diese Szene dann wieder eine Szene ist, in dem man seinen Charakter so ein bisschen schlecht darstellt, das hat mich einfach traurig gemacht, weil Son Goku ist in Dragon Ball Classic mein Lieblingscharakter gewesen. In Dragon Ball Z war er mit Son Gohan und Piccolo mein Lieblingscharakter und in Dragon Ball Super sehen wir das leider immer wieder, dass sie ein paar Dinge zu ihm zerstören. Vegeta sagt auch, dass Jiren nicht viel stärker wäre als die beiden damals, sondern nur effizient angegriffen hat und da denke ich mir auch wieder, Junge, was? Jiren hat Son Goku's Genkidama mit seinen Augen aufgehalten, er hat gegen C-17, Son Goku und Vegeta gleichzeitig gekämpft und er war stärker, also natürlich war er 100 Mal stärker als die beiden, das hat nichts mit Effizienz zu tun, also Vegeta könnte niemals die Genkidama mit seinen Augen aufhalten, was ich jedoch sehr cool fand und jetzt gibt es Spoiler zum Manga von Dragon Ball Super, es wird erwähnt, dass Goku Broly auf Beerus Planeten brachte, weil sie dort sicher seien vor Freeza. Jiren würde sich Freeza doch niemals vorwagen, oder? Ich hab ihn hergebracht, weil es hier sicher ist. Die gesamten Manga-Verläufe machen also Sinn, also natürlich wurde der Film geschrieben, bevor es diese Manga-Arc gab, aber man könnte es jetzt so aufbauen, dass diese Aussage wirklich diese Ereignisse vom Manga meint, dass Freeza gerade der stärkste ist, dass Freeza nach einem Partner sucht und deswegen müssen sie Broly auf einen anderen Planeten bringen und das fand ich einfach sehr cool, ansonsten finde ich, könnte man diese Szene auf dem Planeten komplett streichen. Der Rest vom Film hat mir wie gesagt sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sagen, der Film ist mein Lieblingsfilm von Dragon Ball und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Ciao und tschüss. Dachtet ihr etwa, dass das Video schon zu Ende ist? Nicht Seain beendet das Video, sondern ich die Video!